Musik 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 Suchst du was Bestimmtes? Äh, nö Ich geh wieder raus So, könnten wir denn schnell zu der Truhe Dreckiger Dieb, denkst du ich bin blind? Jaja, dann nimm' wir's eh jetzt schon Wenn du uns jetzt eh schon hier So, Tristian, bist du dir wirklich sicher? Musik 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 Tschüss hier. Okay, gut. Was haben wir denn jetzt mitgenommen? Hat es sich überhaupt gelohnt? Matrosenkleidung. Nein, es hat sich nicht gelohnt. Aber wir haben Witze erzählen. Und das werden wir dann beim Typen anwenden. Und jetzt gucken wir mal, ob der uns jetzt wieder mag. Jetzt krieg ich dich. Ah, der mag uns immer noch nicht. Lass den Dieb nicht entkommen. Okay, ich glaube, da machen wir nochmal einen Spielladen. Doch nochmal den hier. Weil, dass wir jetzt als Sie bezeichnen werden, das wollen wir natürlich nicht. Und ich glaube, so viel war in der Kiste auch nicht drin. Da klauen wir lieber nur das, was da hinten drin ist. Weil wir das ohne Probleme klauen können. Und was dann da vorne drin ist, das Bier, das Ei und was in der Kiste drin ist, diese Matrosenkleidung. Kann der behalten. So, okay. Wir haben ja schon mal reingeguckt. Aber ja nichts drin. Ja. Denen hat das ja anscheinend interessiert, was wir da drin mitnehmen. Dann werden wir uns nochmal hier vergreifen. Mit Zerzchen. Suchst du was Bestimmtes? Nö, nö. Ich bin schon wieder draußen. So, dann nehmen wir uns mal den Besen. Was willst du hier? Nichts. Ich will gar nichts. Haha. Das staunenste, hä? Interessant. Pass auf, was du anfasst. Nö, ich will nichts klauen. Ich will nur mal gucken. Haben wir hier noch überhaupt was zum klauen? Ne, gut. Okay, Meister. Und zwar bräuchte ich Korn. Eins von zehn Körmern. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Hinten müssten wir dann auch noch auf dem Körner sein. Schwein. Wohin. Hinten. 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 Hier sind keine Körner mehr. Da müssten die doch noch auf dem anderen Feld sein. Hier scheint auch keins mehr zu sein, da ist noch ein Korn. 9 von 10, es fehlt nur noch ein Korn. Was bestimmt auch irgendwo hier versteckt sein muss. Nur wo? Bist du verrückt, hier herum zu spazieren? Nein. Was meinst du, was die Inquisition mit dir macht, wenn sie dich hier erwischen? Nichts. Ähm, wirst du jetzt eine Inquisite rufen? Wirst du jetzt die Inquisition rufen? Nein, ich werde dich ganz bestimmt nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Ordenskriege hier oft vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Mach ich. Was machst du da? Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellos Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tello hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Hm, naja. Lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Oh, wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst, würde ich dir dafür einen Heiltrank geben. Was sagst du dazu? Naja, besser als nichts. Abgemacht. Ich bringe dir das Korn von deinem Feld. Großartig! Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bis zum nächsten Mond, meine Ausbildung als Magier anzutreten. Geh auf mein Feld und sammle alle Kornpflanzen ein, die reif genug sind. Wenn du zehn gesammelt hast, komm wieder und bring sie mir, ja? Ja, gut. Es fehlt aber nur noch ein Korn, eine Pflanze. Die müssten wir aber erst mal finden hier noch. Nur wo? Ist denn hier keine Kornpflanze mehr? Fertig. Ach. Na da, haben wir es doch geschafft. Hier sind deine zehn Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Von welchem Ordenskrieger sprichst du? Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof. Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Wenn ich du wäre, würde ich mich verstecken, wenn er hier auftaucht. Verstehe. So, Richtung Südnorden sollen wir gehen, um da diesen komischen Höhle zu sehen. Die wird ja wahrscheinlich da sein und da sehe ich auch schon die Wölfe. Gut. Speichern. Hier haben wir ein Ei. Und da hinten war, glaube ich, der erste Wolf. Genau. Das ist aber nur einer. Ach du meine Güte, war der schwer. So, alles wieder. Ach, wir haben noch eine Urka-Wurzel. Das ist ja schön. Das ist auch alles schön hier. Kleiner Diamant. Okay. Was bedeutet kleiner Diamant? Goldwert. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Ne, da tun wir doch gleich nochmal speichern. So, jetzt der nächste Wolf. Komm her jetzt hier. Wehrt euch doch nicht. Äh, was ist mit dir? Ach, der rutscht da runter. Das ist ein Bug. Ich dachte jetzt schon. Oh. Bist du da immer noch? Nee. So. Oh. Wölf. Auf, oh. Hey. Ja. Oh. Hey. Wir haben alle schon erledigt. Hier haben wir wieder eine Kiste. Oh, Eisenbrocken, Knöppel, äh Knöppel. Ich sehe, wir kommen hier reichlich an Geld. Da gehen wir gleich hin. Jetzt gucken wir erstmal hier noch weiter. Und hier haben wir auch noch Marble. So, fertig. War es das mit diesen bösen Bölfchen? Gucken wir mal, wo wir hier noch weiterkommen. Aber hier scheint nichts zu sein. Außer wieder eine Goldader. Und das war es. Und da hinten kamen wir auch raus. Aber da würde ich jetzt erstmal noch nicht lang gehen. Oder wollen wir mal klotzen? Wir klotzen mal raus. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas... Ah, da hinten ist auch ein Wolf. Ich weiß nicht, ob der stärker ist. So, na gut. Dann mal auf. Au, der war sehr stark. Sehr, sehr stark. Und da hinten haben wir noch Kyler. Nice, aber ja. Was sind das für Kyler hier? Die sind aber ganz schön stark, die Kyler. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier auf Energie kommen. Manauwurzel, Pilz, Grünblatt, Orgawurzel, Wichtelkampe. Hellkrone, Reiselust können wir mal essen. Die zwei. Dann diese maximale Lebensenergie plus eins können wir mal essen. Dann kraut, behalten wir, Fleisch, Käse. Das müssen wir natürlich auch machen. Dann das Wein, der Wein, nein, nein. Dann tun wir den kleinen Heiltrank noch benutzen. So. Und dann machen wir mal noch Speichern. In der Hoffnung, dass wir die schaffen. Sieht gut aus. Okay, erster Treffer. Dankeschön. Dankeschön. So, was haben wir jetzt hier unten? Ah, da unten sind auf jeden Fall Gegner. Da werden wir erstmal noch nicht lang gehen. Wir suchen mal, ob wir hier hinten noch was finden. Zum Beispiel hier ist doch... Ah, nee, das ist ein Schwein. Okay. Wie sieht es denn überhaupt jetzt aus mit unserer... Ach, wir sind schon Stufe 7. Ja, wunderbar. Ja, das gefällt mir doch. Ob wir da als Stärker sind, bezweifle ich, aber... Immerhin. Stufe 7 schon. Komm schon. Jetzt noch du. So, geht doch. Ja, damit.